Einige Monate Zwangspause hatten wir auch mit den Gab als Speakerabenden, aber es geht wieder los. Heute der erste in diesem Herbst und einer der Speakerinnen, die dabei war, Nele Kreisig. Herzlich willkommen. Das Buch von Ihnen, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Und vielleicht denkt jetzt manch einer auch an die letzten Monate, wir haben einige Partnerthemen hier sogar drin vor und denkt sich so nach einigen Zwangsmonaten zusammen und im Versuch, andere ändern zu wollen, es war nicht so richtig erfolgreich. Also Sie machen ja eine wunderbare Reise über die Paare, über Familien, über Business. Einfach eine Erkenntnis, die bei Ihnen gereift ist, es bringt überhaupt nichts, andere ändern zu wollen. Ja, das haben Sie fantastisch zusammengefasst, denn ich weiß nicht, wie es Ihnen da draußen geht, aber dieses immer mal wieder aufkommende, warum bist du eigentlich nicht so, wie ich es richtig fände? Oder eigentlich weiß ich doch ein bisschen besser, wie man sich gut erholt oder wie man in einer Quarantänezeit XYZ jetzt am besten macht. Da mal drauf zu gucken, ja, ist es eigentlich wirklich erfolgsversprechend, dass sich andere ändern möchte? Oder gibt es doch nicht nur eine einzige Person, bei der das klappen kann, sie zu verändern, nämlich mich selbst? Das heißt, wenn wir nicht anfangen sollten, andere ändern zu wollen, dann geht es eigentlich darum, wenn zwei oder auch mehr zusammen sind, jetzt kommen wir auch in den Business-Kontext, eigentlich eher die Gemeinsamkeiten zu entdecken. Ja, genau. Gemeinsamkeiten entdecken ist ein ganz wichtiger Schritt in diese Richtung. Und gerade so, wenn wir jetzt in die Unternehmenswelt gehen, in Teams, in ganze Unternehmen reinschauen, dahin zu gehen zu einer gewollten und gewertschätzten Diversität, dass wir, und das ist so ein bisschen meine Vision an diesem ganzen Thema und auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, Ich wünsche mir, dass wir Andersartigkeit und ich meine Andersartigkeit sehr wertschätzend und respektvoll als größte Ressource sehen, die wir als Gesellschaft haben. Und das jetzt mal im Kleinen aufs Team gebrochen. Wie cool ist es bitte, wenn im Team Menschen arbeiten, die unterschiedlich sind, die unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Erfahrungshorizonte mitbringen und unterschiedliche Arbeitsvorlieben mitbringen, weil dann kann da dann was wirklich Großes daraus entstehen. Aber jetzt tatsächlich nochmal, wenn ich keine Schnittmenge zu einer Person entdecke, kann es trotzdem funktionieren oder kann es dann manchmal auch einfach gut sein, einen klaren Schnitt zu machen und zu sagen, zwischen uns beiden funktioniert das nicht? Ja, ich bin kein Fan davon, frühzeitig aufzugeben. Also deshalb der Ansatz zu gucken, gibt es noch Schnittmengen, gibt es Gemeinsamkeiten, die wir miteinander teilen, das halte ich für einen wichtigen Schritt. Und gleichzeitig bin ich auch der Meinung, und es hat es in meinem Leben auch schon immer wieder gegeben, in ihrem vielleicht auch, dass man irgendwann mal feststellt, so es gibt einfach gerade keine mehr oder es hat auch keine gegeben. Und dann finde ich es auch völlig in Ordnung, zu sagen, jetzt verlasse ich den Job, nachdem ich es probiert habe, jetzt gehe ich aus der Beziehung raus, gehe ich aus der Freundschaft raus, wenn einfach die Schnittmengen nicht mehr da sind. Sie haben ganz hinten im Kapitel, im Buch ein Kapitel einfach noch, wem Sie danken. Und dann sind ja so übliche Personen, die einen begleiten. Und Sie bedanken sich aber auch bei jemand, mit dem Sie heute nicht mehr, der Sie heute nicht mehr begleitet, weil das für Sie ein Zeichen war. Es gibt auch wertvolle Momente, man muss auch irgendwann mal entscheiden, es funktioniert nicht mehr zusammen. Genau. Ja, in meinem Buch schreibe ich von meiner Freundschaft zu Katja, die im wahren Leben übrigens anders heißt, aber um Sie zu schützen, war mir das wichtig. Ja, das Auseinandergehen mit ihr, und das ist eine sehr langjährige Freundin gewesen, hat mich viel gelehrt und viel aus dieser Erfahrung, auch aus dem Schmerz, der daraus entstanden ist, ist in dieses Buch geflossen. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar, denn ohne diese Erfahrung, glaube ich, wäre ich gar nicht in diese tiefe Reflexion und auch in diese tiefe Aufsagen von Wissen, woher sowas eigentlich kommt, eingestiegen. Aber jetzt drehen wir es wieder positiv, wir wollen noch auf die Leser gucken, die Leserinnen, für die das Buch, für die das geschrieben ist. Es ist für einen ganz klar im Privatkontext, aber es ist auch gut geeignet im Businesskontext. Also die Führungskraft, der Teamleiter, aber auch die Eltern, die das Verhalten ihrer Kinder reflektieren wollen. Genau, also das Buch ist für Menschen geschrieben. Und da ist jetzt gerade mal die Rolle völlig egal, das ist das Alter völlig egal. Gleichzeitig versuche ich, unterschiedliche Lebensbereiche in dem Buch immer wieder anzuschneiden. damit, ja, sowohl fürs Business als auch für das Privatleben, da sich jeder was mitnehmen kann. Und definitiv, den Titel kann man sich merken, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Herzlichen Dank, Nele Kreisig. Vielen Dank.